Die Schweiz ist ein Land, das für seine sprachliche Vielfalt bekannt ist. Herr Bachmann, Sie haben die Initiative «No bilans» ins Leben gerufen. Die Initiative fordert, dass es schweizweit nur noch eine Landessprache geben soll. Schon wie das aussieht. Ein klassischer Vollpfosten. Praktisch wäre schon, wenn alle Schweizer Deutsch reden würden. Was ist passiert? Die Schweiz wird einsprachig. Französisch. Französisch? In Zukunft muss man in der ganzen Schweiz Französisch reden. Als Bundespolizisten haben wir eine Vorbildfunktion. Zudem ist es unsere Aufgabe, den Volkswillen durchzusetzen. Das Buch. Le Livre. Frigot. Je suis Walter Aigli. Cinquant six. Aage. Dicourquet. Ne Gourquet. Je m'appelle Bournon. Je suis ton nouveau collègue. Ein Kanton macht ernsthafte Probleme. Das Tessin. Wir haben nicht gebeten. Zwei Bundespolizisten. Ich verstehe kein Französisch. Rede Deutsch. Schau mal, wo die Chefs sind. Aber fall nicht auf. Du leistest ja widerstand. Es bräuchte viel mehr Schweizerdeutsche wie du. Du musst so viel wie möglich über Francesca herausfinden. Ich werde die Kastane folgen. Immer. Und überall. Und überall. Per ogni Ticinese morto moriranno tre Romandi e cinque Mangiarösti. Chiaro? Dobbiamo andare dall'altra parte? Impossibile. Vielleicht wenn wir uns verkleiden? Es ist unglaublich, was passiert ist in Switzerland. Wir haben uns entschieden eine Partisanengruppe zu bilden. Wolltest du nicht kämpfen? Bist du bereit für eine gefährliche Mission? Sicher. Die ganze Schweiz wird zuschauen. Die ganze Welt. Nein, oder? Herr Boeter, was ist passiert? Oh, da bin ich.